Herzliche Gratulation zu diesem Sieg! Gegen Finnland ein Foul-Start, gegen Deutschland ein Trom-Start. Wie kommt das? Es ist schwierig zu sagen, aber wir waren sicher besser bereit heute aufs Spiel. Was es ausmacht, ist schwierig zu sagen. Hauptsache es ist eine mentale Sache, dass es im Kopf mehr bereit ist. Das waren wir vielleicht im Finnland-Spiel nicht gleich wie heute. Das braucht es gegen Gegner wie Finnland umso mehr. Du persönlich war schon doppelt erfolgreich. Wie wichtig ist das für dich? Hauptsache wir haben gewonnen. Es ist schön, sind es mal reingegangen. Wir haben schon in den vorherigen Spielen viele Chancen erarbeitet, diese Linie. Es ist schön, sind es mal reingegangen, aber die Hauptsache ist, dass wir heute gewonnen haben. Du hast mit eurer Linie wirklich vom 1-2-2 hohen Druck ausüben können. Das ist euer Spiel. Werdet ihr das im weiteren Turnierverlauf bringen können? Mal schauen, was die Coaches sagen. Aber so wie wir bis jetzt gespielt haben, nehme ich schwer an, dass man auch im weiteren Verlauf des Turniers sicher teilweise so spielen wird. Okay, danke für mich. Danke. Danke. Danke.